So, in diesem Video werden wir ein bisschen sprechen über wie man Pläne macht oder how one makes plans in German. Wir machen unsere Pläne, we are making our plans. Wann und wo? Zum Beispiel, wo treffen wir uns? Soll ich dich zu Hause abholen oder wollen wir uns irgendwo treffen? Which does mean, should I pick you up at your house or do you want to meet somewhere? Wann treffen wir uns? When are we going to meet? Um vier, vier Uhr. At what time? And here you want to make sure you review time expressions. Wo treffen wir uns? Vor dem, means in front of. Was wäre besser da? Das Kino. Vor dem Kino oder vor dem Theater. Oder vor dem Schwimmbad. Hallo, möchtest du ins Kino gehen? Gern. Wann treffen wir uns? Wow. Um sieben Uhr dreißig. Wo treffen wir uns? Vor dem Kino. Okay, bis dann. Das ist nur ein Beispiel von einer Konversation, die vielleicht passieren konnte. Andere Ausdrücke. So, other expressions. Sollen wir uns bei, und dann du kannst sagen, bei einem Restaurant treffen oder bei McDonald's treffen? Was würde am besten für dich sein? Was würde am besten für dich sein? What would be best for you? Wann ist dir am besten? When is best for you? Hast du einen Vorschlag, wo wir uns treffen sollen? Do you have a, ein Vorschlag is a suggestion, where we should meet each other? Bist du damit einverstanden? Are you in agreement with that? Wo bist du am besten? Where is good for you? Das kann ich leider nicht. Sorry, I can't do that. Wie wäre es mit, how would it be with? Diese sind gute Ausdrücke auch, die man vielleicht verwenden konnte. Okay, vielen Dank.